so moin was ihr jetzt seht ist mein teppich und ich hab da direkt mal was vorbereitet das ist mein erstes spiel so und ich dachte da euch das letzte unboxing so gefallen hat werde ich das jetzt direkt auch mal für euch auspacken das ist das spiel ich bedanke mich fürs angucken und